Wir fahren jetzt rum nach Ratzinger. Wir fahren den nächsten Ausfahrt raus. Sehr gut. Jetzt fahren wir weiter Richtung Direndorf. Schau mal, wo Deren draufstehen, ne? Klage aus. Schau mal jetzt hier links. Messig so. Der ist wohl gerade bei Rot durchgefahren, oder? Der blau. Der hat die Ampel anscheinend nicht gesehen. Der wohnt ja. Er wohnt nicht. Das ist der Bus. Ja komm, ich lass dich rein. Ja dann zieh, komm, gib Gas, Junge Sag mal hier, wir wollen gleich hin. Hier? Nein. So, die nächste links. Dann bitte nach links. Warum? Weil es eine Einbahnstraße ist. Genau. So und genau hier ist das passiert, wo der rauskam bei uns. Genau. Hier kann ja keiner rauskommen. Das ist einfach eine Einbahnstraße. Kann schon. Ja, kann schon. So, wir möchten nach rechts abbiegen. Nach links. Ja, ich habe ja. Vielen Dank.